Jetzt ist die Aktion kurz beschrieben. Der Bauernbundchef überreicht der Landwirtschaftsministerin ein Herz aus Beton, weil sie eben kein Herz für Schweine hat, oder? Ja, in der EU-Richtlinie von 2008 steht drinnen, dass der Boden für Schweine physisch angenehm sein muss. Wenn die Ministerin den Schweinen einen Betonboden zumutet, ohne jede Stroheinstreu, muss sie der Meinung sein, Beton ist physisch angenehm. Sie hat offensichtlich eine Art von Betonfetisch und findet den Beton total weich, warm und wunderschön, drum drauf zu liegen. Und deswegen ist es legitim, finde ich, ihr dieses Herz aus Beton zu überreichen. Jetzt muss man sagen, dass das Thema Vollspaltenbodenverzeihung ein ganz altes Thema ist. Das haben wir, glaube ich, seit den 90er Jahren, sogar seit den frühen schon. Warum schaffen wir es nicht, also warum schaffen es die Tierschützer vor allem nicht, dass dieses Problem endlich behoben wird? Liegt es am finanziellen Vorteil, den die Bauern dadurch haben? Naja, also leider ist es so, dass die ÖVP diese gesamte Zeit seit den 90er Jahren immer an der Regierung war. Die ÖVP sieht sich als Vertreterin der großen Tierindustrie, also nicht der kleinen Bauern und Bäuerinnen, sondern der Großtierindustrie. Die kommt natürlich nur dann damit aus, so riesige Schweinefabriken zu bauen mit tausenden Schweinen, wenn das Ganze vollautomatisch geht. Und damit es vollautomatisch geht, darf kein Strohhalm drin liegen, weil sonst müsste man den ja ausmisten. Und um sich dieses Ausmisten zu ersparen, gibt es diesen Beton-Vollspaltenboden. Und davon will man offensichtlich kein Jota abweichen. Das ist das Problem, das wir haben. Die Ministerin hört nicht auf die Bevölkerung. 96 Prozent der Menschen wollen, dass Schweine Stroh haben. Die Ministerin hört nicht auf die Vernunft. Wissenschaftliche Studien sagen, wie schlimm das für die Schweine ist. Sie hört nur auf die Tierindustrie. Dazu muss man auch einmal sagen, im Vergleich wäre das so, wie wenn ein Mensch auf einem Metallrost leben würde und keine Toilette hätte, sondern seine Fäkalien einfach durchfallen. Und dann müsste man die ganze Zeit drüber leben. Also das würde jetzt kein Mensch natürlich mit sich machen lassen. Bei den Tieren wird da jetzt einfach seit Jahrzehnten so weitergetan. Und das führt natürlich zu vielen Krankheiten. Viele Schweine haben Lungenentzündungen, Entzündungen an den Gelenken und so weiter und so weiter. Jetzt wird praktisch prophylaktisch schon Antibiotika ins Essen der Tiere gemischt. Das landet ja im Endeffekt am Teller. Absolut. Ja, also wir haben ein riesiges Antibiotika-Problem weltweit. Das weiß die gesamte Wissenschaft, präsentiert uns das seit Jahren. Und ein großer Teil davon ist die Abgabe von Antibiotika in der Schweineindustrie. Diese Tiere können diese Haltung nicht überleben, ohne Antibiotika zu bekommen. Nur wenn sie sehr viele Antibiotika bekommen und das in der Masse, dann entwickeln sich resistente Bakterienstämme, weil die ja ständig sozusagen trainiert werden an diesen Antibiotika. Und diese resistenten Stämme können dann Menschen befallen, für die es dann keine Antibiotika mehr gibt. Die Lungenentzündung wird dann wieder tödlich. Und dieses Problem haben wir. Und da scheint die Bundesregierung nichts dagegen unternehmen zu wollen. Jetzt hat es ja einen Regierungswechsel gegeben. Sebastian Kurz ist weg. Mit ihm auch ein Teil des türkisen Teams. Allerdings Elisabeth Köstinger nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, in der Regierung sitzen auch die Grünen. Wären die nicht auch ein Ansprechpartner für Sie? Sicher. Wir sind auch dort im Arbor. Die erklären uns, das Veto von der Landwirtschaftsministerin verhindert Stroh für die Schweine. Tatsächlich ist es so, dass wir Schweinebetriebe haben mit Stroh, wo die Landwirtschaftsministerin sich weigert hinzugehen. Tatsächlich ist es so, dass sie unsere Petition nicht annimmt, dass sie mit uns kein Wort redet, dass sie bei jeder Pressekonferenz von ihr Polizei hinstellt, damit ich auch mit Presseausweis nicht hinein darf, um ihr kritische Fragen zu stellen. Also für uns wirkt es schon sehr so, dass sie das alles verhindert. Und insofern sind wir an der richtigen Stelle hier. Wie gesagt, das Problem, das gibt es schon seit den frühen 90er Jahren, da sind wir jetzt bald bei über 30 Jahren Problematik. Was könnte man von Seiten des VGT noch machen, damit sich da endlich mal was tut? Naja, das große Problem war, wie das Bundestierschutzgesetz 2005 gekommen ist, gab es die Fragen wie Legebatterie und das Verbot dasselben. Und da sind die Schweine in den Hintergrund gedrängt worden. Es wurde gesagt, ja okay, ihr kriegt sein Legebatterieverbot, aber nur wenn die Schweine weiter auf Vollspaltenboden bleiben können. Und das ist sozusagen das Problem. Sie sind die Verlierer dieser großen Diskussion bei der Entstehung des Tierschutzgesetzes. Das Tierschutzgesetz und seine Verordnungen in Österreich haben die Schweine vollkommen vergessen. Sie sind am absoluten EU-Minimum. Sie sind also sozusagen ganz hinten angestellt. Wir sind auch das Schlusslicht in der EU, was die Schweinehaltung betrifft. Und das jetzt wieder aufzurollen ist sehr mühsam, insbesondere auch, weil die Schweineindustrie die größte Tierindustrie in Österreich ist. Zwei Drittel des Fleischkonsums stammt von Schwein. Und man hat irgendwie so gelernt, Schwein ist das billigste Fleisch, das man halt so nimmt. Und dagegen müssen wir angehen, wir müssen sozusagen die Altlasten langsam aufarbeiten. Und das ist mühsam. Aber ich glaube, Schritt für Schritt kommen wir hin. Es ist immerhin jetzt schon einmal ein gewisses Verständnis dafür da, auch in der Politik, dass es eine Änderung geben muss. Sonst hätten die nicht diese komische Pseudo-Änderung gemacht. Jetzt heißt es nachsetzen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das Vollspaltenverbot letztlich zustande bekommen. Danke für das Gespräch und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön.